Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein-Lyrik und wieder ein Set, was wir am 1. Januar 2022 begrüßen dürfen, nämlich aus der Ideas-Serie. Da war ja so einiges noch offen und so langsam arbeitet sich Lego dort ab. Nämlich hier, was ich hier gerade in Händen halte, dank eines Rezensionsexemplars vorab schon, ist nämlich Sonic the Hedgehog, also sprich der Igel. Und das ganze fast passend zum 30-jährigen Jubiläum des Jump-and-Run-Spiels, das nämlich 1991 zum ersten Mal auf den Markt kam. Das Set hier kommt am 01.01. auf den Markt, hat 1.125 Teile für knapp 70 Euro. Teilepreis von 6,22 Cent. Das ist für etwas, was auch noch eine Lizenz mitbringt, auch wenn es relativ viele kleine Teile sind. Ganz okay. Nun wird man aber gleich auch sehen, so richtig massig, was auf dem Tisch hat man da auch nicht, aber eine ganze Menge Details. Ein paar Sticker, das sehen wir hier, zwei kleinere Stickerbögen. Die werden wir gleich dann auch verklebt nochmal sehen. Da sind nämlich Varianten auch dabei. Und ein Anleitungsbuch, war es so ein bisschen auch die Geschichte, ganz bisschen die Geschichte von Sonic erklärt. Wobei ich zugeben muss, ich habe eher so Mario gespielt. Deswegen war ich da in der Welt mehr drin, habe aber jetzt bei mir auf dem iPhone einfach nochmal die ersten Level mal durchgespielt. Und das kann man sogar kostenlos. Und dann ist man genau nämlich in diesen Leveln, die hier in diesem Set dargestellt werden, die Green Hill Zone. Und dann wird man nämlich auch zum Beispiel diese Krabbe und vieles andere dort wiederentdecken. So, da haben wir jetzt erstmal Sonic, da mit verschmitztem Lächeln an der Seite. Das ist nicht das erste Mal, dass der uns auftaucht. Den gab es nämlich 2016 auch schon als Levelpack bei Dimensions. Und da sah er gar nicht so viel anders aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er unten an den Füßen da schon diese komischen Flecken hatte, die hier jetzt noch sind. Da war das Grinsen auch noch auf der anderen Seite. Aber ansonsten, er ist leicht überarbeitet. Einigen wir uns mal drauf. Er war aber auch schon damals ganz hübsch. Und jetzt ist das auch natürlich der Kopf aus einem Guss. Das ist also jetzt nicht typische Minifiguren-Kopf mit irgendwas drüber. Nee, das gehört so. Dann haben wir hier, das ist eigentlich ganz lustig, sieht zwar simpel aus, ist es natürlich auch. Abgesehen davon, dass wir Sonic hinten dann da irgendwie so in Rennposition draufsetzen können, auf dieses durchsichtige Teil am Ende. Jedes dieser einzelnen bunten Diamanten symbolisiert nämlich einen Bauschritt. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen kleinen Bauschritt gebaut haben von dem Set, kriegt man einen für diesen Diamanten und darf den dann reinsetzen. Da. Das heißt, das zeigt so ein bisschen den Baufortschritt an. Ist jetzt nicht wirklich spektakulär, fand ich aber ganz lustig. Zumindest symbolisch. Also dann weiß man so ungefähr, aha, das kommt noch und das kommt wohl noch. Ja. Was übrigens noch kommt, und den gab es auch schon im Levelpack damals, allerdings ein bisschen anders aussehend. Das ist nämlich diese Krabbe hier. Oder Crabmeat, heißt der wohl im Original. Der ist, oder die ist, eine von diesen Gegnern, die man, wie bei Mario auch, auf den Kopf springt und dann verwandeln sie sich zum Beispiel. Und das ist eigentlich dieses zentrale Element in diese Ringe. Und dann kriegt man Ringe und die sammelt man und damit kann man länger durchhalten. Selbst wenn man irgendwo mal einen Fehler macht, konnte man bei dem Spiel dann dadurch sozusagen sein Leben verlängern. Jemals, wenn man dann dem Herrn hier nicht auf den Kopf springt, sondern eben mitten reinläuft, dann verliert man die ganzen nämlich auch wieder. Und das hier ist Motobug, so heißt er. Und der hat netterweise auch zwei Gesichter. Ich glaube, das ist das Gesicht, wenn man ihn oben drauf getrampelt ist. Siehst du, weshalb er Motobug heißt, ist wahrscheinlich auch wegen des Motors hinten. So einfach kann sein manchmal das Interpretieren sein. Und er hat hier ein überraschtes Gesicht. Beides mit Aufklebern realisiert. Wie man sieht, nicht ganz zentral bei mir hingepackt. Das Problem kennen wir ja. Das ist der Oberböse. Das ist Dr. Eggman. Der hieß nicht immer so. Der hatte in den Anfangsteilen, glaube ich, noch einen anderen Namen. Nämlich Dr. Ivo Robotnik. Der kommt zumindest in den ersten Leveln immer dann so am Ende vor kurz. Der ist wohl so, ja, der Master of Desaster bei dem Ganzen. Wir sehen hier sehr spindeldürre Beine. Nicht ganz passend zu seinem sehr wuchtigen Oberkörper. Aber so ist er auch tatsächlich in dem Spiel offiziell. Und da finde ich, gerade dieser Bauch ist cool gemacht. Gut, er trägt, wenn man es mal umdreht, mehr oder weniger die deutsche Flagge auf sich. Aber auch so dieses Hemd ist ganz lustig, weil da ja einfach nur diese Platte hinten durchhängt oder durchschaut. Immerhin diese Augen sind bedruckt. Das ist aber auch eins der wenigen. Zum Beispiel schon die Hosenknöppel. Die waren wieder geklebt. Das gilt auch hier für sein fliegendes Auto oder was auch immer das ist, das auch dabei ist. Relativ groß. Auch das kommt in dem Spiel drin vor. Oder es wird zumindest angezeigt. Und wir sehen, da ist viel Platz nach unten. Da kann man nämlich, obwohl man die Beine bei ihm, sah man ja gerade eben auch, nicht wirklich großartig bewegen kann oder das Teile abfliegen, kann man den gleich reinstellen. Ja, hier haben wir natürlich wieder das Problem, das Grau der Aufkleber deckt sich nicht komplett mit dem Grau. Ist ein bisschen dunkler als das Grau der Teile. Ich finde es jetzt nicht so störend von Ferne, aber ich wollte es gesagt haben. Haben wir dann noch so einen Ständer, der symbolisieren soll, dass das Ding fliegen kann. So, und dann können wir ihn einfach da draufsetzen. Das ist nämlich eine Noppe und da hängt er nämlich und hält er nämlich auch gut fest. Und so sieht es tatsächlich dann aus, als wenn er drin sitzen würde, was er gar nicht tut. Hinten so ein bisschen Feuerstrahl, der da rauskommt. Und dann kann es ja ans Böse gehen. Sozusagen der Bowser unter den Sonic-Figuren. Die Ursprungsversion stammt übrigens von Viv Granell. 23 Jahre alt und allem Anstieg nach groß, was Sonic angeht, in der Fanposition. Wir haben hier diese Bildschirme. Den Älteren muss man fast erklären, was das ist. So was gab mal. Das war Röhrenmonitore. Die sind auch in dem Spiel. Da kann man auch drauf springen und kriegt dann so Level-Ups. Also kann sich damit irgendwas an Gimmicks holen. Extra Geschwindigkeit und solche Sachen. Und da gibt es eine ganze Reihe unterschiedliche von. Und um das so ein bisschen zu symbolisieren, sind nicht nur diese zwei Bildschirme dabei, sondern wir können bei beiden auch diese Platte vorne austauschen. Und können dann einen von den anderen drauf tun, die so in dieser Form tatsächlich so pixellig 1991 dann auch vorhanden waren. Ja, das finde ich ganz lustig. Wieder Aufkleber eben leider nur. So, und hier haben wir das Gesamtkonstrukt, das übrigens modular aufgebaut ist. Also wir können einzelne Elemente rausnehmen, ein bisschen neu zusammenstecken. Das ist relativ einfach gemacht. Wir sehen hier Sonic 3 Leben. So ist es auch beim Originalspiel. Und dann sehen wir dann auch, immerhin, das hier als bedrucktes Teil, davon haben wir gleich mehrere, was diesen 8-Bit-Stil schön symbolisiert. Also dieses sehr pixelige, was sich dann auch durch das Gesamtset so ein bisschen durchzieht. Da haben wir ganz viele Ringe. Und das sind ja diese zentralen Dinge, wie Sterne oder ähnliches, was man bei Mario kennt, die man hier einsammeln muss und da hinspringen muss, um die dann sich zu holen. Hier haben wir eine Brücke zum Beispiel, da sagen wir gerade eine Palme. Und ich sage ja, man kann es auch, wenn man möchte, ein bisschen anders zusammenstecken. Immerhin, das Wasser da unten hat sogar so ein bisschen was an Gischt. Ganz bisschen. Jo, hier, das ist irgendwie, kann man auf blau und rot drehen. Das hatte ich jetzt bei meinen ersten Leveln irgendwie nicht so richtig entdeckt. Übrigens sollte in diesem Spiel auch noch, oder laut der Beschreibung von Lego, ein Phantom Ruby sein. Das ist so ein Rubin, so ein, ja, in Rubin-Farben, während wir hier diese, ja, diesen Kreis sehen, der nicht wirklich so ineinander übergeht. Er ist nicht wirklich verschlungen. Er sieht nur so aus. Aber das ist das, was man im Spiel immer hat und wo Sonic dann eben mit Wahnsinnsgeschwindigkeit, wenn man dann entsprechend auch Geschwindigkeit sich geholt hat, durchsaust. Und deswegen mache ich übrigens Sonic nicht ganz so gerne wie Mario. Das ist mir manchmal ein bisschen zu hektisch. Das werden wir gleich noch sehen, diese Plattform. Die kann uns nämlich so ein bisschen hochkatapultieren. Und diese Blumens stehen da übrigens auch ständig rum. Ja, die waren im Spiel auch da, diese zackigen Blumen. So, da ist dieses Katapult. Werden wir gleich nochmal ausprobieren. Ja, der Phantom Ruby, laut Beschreibung, wo der ist? Keine Ahnung. Also so ein einfacher Rubin, wurde halt dort als fünfte Minifigur dargestellt. Und das ist das Problem, wenn man so ein Set vorab bekommt und nirgendwo anders nachlesen kann. Also ich habe das Ding nicht gefunden. Aber vielleicht steckst du da irgendwo drin und ich habe es als das übersehen. Hier kann man auch das Ganze, wie sieht man ja, umstecken. Das ist auch drin öfter mal. Laut auch das wieder ein Rätselraten in der Beschreibung steht. Damit passt es auch ideal zu weiteren Architecture-Sets. Wer will das mit London jetzt oder Berlin zusammenstecken? Ich weiß es nicht. Guck mal, da kann man jetzt ihn springen lassen. Und theoretisch holt er sich dann ja die weiteren Ringe da drüber. Dann sehen wir hier das Anleitungsbuch. Immerhin nett gestaltet. Auch so in diesem 8-Bit-Look drin dann nicht mehr so ganz. Das ist der Fan-Entwurf gewesen. Wir erkennen einiges wieder. Da gab es noch ein paar andere Gegner. Und der Dr. Eckmann war noch ein bisschen voluminöser, so ein bisschen Mac-mäßiger. Und hier haben wir ein bisschen Geschichte von Sonic. Von 1991. Und dann gab es ja weitere Teile davon. Dann ist es auch verschiedene andere Systeme. Auf Megadrive war es übrigens am Anfang. Auf verschiedene Systeme weitergeleitet. Und jetzt 30-Jährigen. Dazwischen gab es auch nochmal einen Film. Der, ja, ich glaube ich irgendwann nochmal gucken muss. Vielleicht. Ja. Dann hier Meet the Fan-Designer. Ein bisschen darüber. Dann auch die Lego-Designer, die angeblich auch große Spieler sind und da begeistert von sind. Und dann leider relativ normales Baubuch. Da hätte ich mir wieder gewünscht. Außer, dass es hier immerhin Sonic gibt unten, wie er dann daumenkinomäßig längs läuft. Und hier und da mal ein Fertigbild gibt. Da sahen wir übrigens gerade, wo dann immer dieser kleine Diamant dann als Etappenziel dann in dieses Teil reingesteckt wird. Da hätte ich mir ein bisschen noch so an Zwischeninformationen gewünscht. Also wieder vielleicht kleine Hinweise, welche kleinen Easter Eggs da drin sind oder welche Anspielungen an was oder vielleicht aus der Geschichte des Spiels was. Das hätte sich hier wunderschön, finde ich, angeboten, das da noch mit dazu zu schreiben. Aber nee, haben sie leider hier gelassen. Da sehen wir auch, wie der da fliegt. Ja, das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Ja, ist Gimmick. Macht man jetzt auch nicht den ganzen Tag, befürchte ich mal. Und dann geht's ab. Da können wir dann also das kleine, kurze Level für uns dann irgendwie umbauen, hinstellen und sich drüber freuen. Es gibt ein paar Lifestyle-Bilder. Da habe ich gesehen, während wir hier übrigens, mein Gast wäre ganz lustig, wie hier der Doktor das Endeteil da zerlegt. Das haben sie nochmal hinten drauf gedruckt. Ähm, das, die Lifestyle-Bilder, wo das dann so auf dem Regal steht, ja, dafür ist es fast ein bisschen bunt auch. Es läuft ja unter 18 plus. Ja, aber das muss man selber wissen, ob man das, wo man sich's hinstellt. Ja, es sind viele Details. Ich finde es ganz schön, diesen 8-Bit-Stil haben sie ganz gut gemacht. Ich finde den Dr. Eggman mit seinem Flugzeug da ganz nett geworden. Und dass man auch ein paar Sachen umstylen kann, umbauen kann oder auch die Teile selber, diese Bildschirme zum Beispiel, das Gesicht wechseln kann. Klar, es sind wieder Aufkleber. Bedauerlich. Preislich geht's sogar, wie ich finde, für ein Lizenzprodukt. Und diese Springfunktion, ja, bedingt. Also, es ist, wie soll man sagen, ich glaube, für Fans wirklich nett, ohne jetzt so ein ganz großes Wow auszulösen. Ich persönlich fand's ganz lustig dann, nachdem ich das Set gebaut hab, eben nochmal dieses erste Level oder die ersten Level mal zu spielen und so viel wieder zu entdecken. Das war dann so ein Gesamterlebnis, das wirklich ganz spaßig war. Ob das reicht? Was sagt ihr dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Bis bald und tschüss.